Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Triebacher, Körserin aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. Tidi und der Schnellsprecher heute zum Thema Gelüste und Hunger. Was haben wir Anfang des Jahres? Ich bekomme eine Vielzahl von Nachrichten zum Thema, ich habe Hunger, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe einen Ernährungsplan von dir, aber ich habe so einen gnadenlosen Hunger. Und er weiß, es ist oft gar kein Hunger. So, das ist Gelüste, Gelüste nach gewissen Dingen, nach Dingen, die wir vorher viel zu viel gegessen haben, die wir vorher viel zu große Mengen davon zugeführt haben, ungesunde Sachen, die auf der Waage sagen, naja, Wolkenfühlgewicht ist ein bisschen anders. Der Spiegel sagt, naja, oben sieht es gut aus, frisch gewaschen, nach unten könnte es besser sein. Und natürlich auch die Gesundheit gesagt, hier und da haben wir ein Pickelchen, hier und da haben wir unreine Haut, lauter solche kleine Merkmale, Leistungsbereitschaft ist ein Keller, wir haben nicht mehr so viel Dynamik. Das hat oftmals was mit dem Ernährungsverhalten zu tun. Und ihr wart so schlau, habt entweder bei mir eine Beratung gebucht oder ihr habt bei Mr. T. im Kanal, YouTube oder Facebook, gespiegelt, festgestellt, ja, ihr habt recht, da sollte man dringend was tun. Und habt gewisse Regeln eingehalten, habt zum Beispiel Fast Food eliminiert, ihr habt die ganzen zuckerhaltigen Getränke eliminiert, ihr habt den Alkohol runtergefahren, trinkt vielleicht gar keinen mehr, ihr habt die Süßigkeiten weggelassen, die Zwischenmahlzeilen, so die Schneckereien, mal hier ein Riegel, mal da ein Lutscher, mal da ein Nutella-Brötchen, alles weggelassen. Und jetzt kommt doch der eine oder andere Tag, wo ihr Körper sagt, ich habe Hunger, ich habe sowas von Hunger. Ist es wirklich Hunger oder sind es Gelüste? Sehr oft sind es Gelüste, in den meisten Fällen ist es zu Beginn nichts anderes wie das Gelüste, die Gelüste, nicht das, sondern die Gelüste. Warum? Ganz einfach, eure Zunge ist ein Geschmackserlebnis gewohnt, ein industrialisiertes Geschmackserlebnis. Habt ihr vorher der Zunge ausgesetzt, das geht hier das Verbundene mit, zuckerlastiger Stoff dazu, es gibt ein Hurra im Köpfchen, Dopaminspiegel geht nach oben, Dopaminausschüttung, gewisses Denken auf dem Hirn sagt, Hurra, mir geht es gut. So, und jetzt kommt ihr und haltet Mr. Thies-Regel ein, was passiert? Dopaminspiegel war vorher hoch, das war Wohlfühlfaktor, Range oben, jetzt ist er auf einmal viel weiter runter. Warum? Weil er viel weniger Zucker, viel weniger unsinnigen Zucker, unsinnige Geschmacksstoffe zuführt. Was passiert? Ihr fühlt euch nicht mehr so wohl und jetzt signalisiert euch der Körper und sagt, ich habe Hunger. Das ist kein Hunger, das sind Gelüste. Gelüste nach Dingen, die ihr nicht beessen sollt, weil ihr euch entschieden habt, gesund weiterzuleben und vor allem was für eure Attraktivität zu tun. Somit, was tun wir? Ganz einfach, ein wenig Geduld haben. Nicht erwarten, dass innerhalb von drei, vier Tagen, fünf, sechs, sieben, acht, neun Tagen alles rund läuft. Dass das, was ihr vorher über Jahre hinweg falsch gemacht habt, innerhalb von drei, vier Tagen vergessen ist. Das dauert eben seine Zeit. Da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. So, das war es zum Thema. Sind es tatsächlich Gelüste oder Hunger, Gelüste, Hunger, Gelüste? Jeder kann es sich raussuchen. Ich sage, in den meisten Fällen sind es Gelüste. Genau deswegen wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Bei eurem Vorhaben 2015 macht es eure Gesundheit zu tun. Bleibt am Ball. Nicht, dass ihr in zwei Wochen wieder abkackt und nicht mehr weitermacht. Und wenn ihr nicht mehr weiterlässt, dann gibt es da einen, der kennt sich aus in der Kirche. Ansonsten schaut regelmäßig bei Facebook vorbei und YouTube. Ihr bekommt immer die neuesten Informationen zum Thema. Gesunder Lifestyle, Fitness und deinen tollen Körper. Das war es schon. Andreas Drinbacher aus dem Fitness-Tour, beziehungsweise jetzt bin ich wieder ganz anders. Sondern, halle, 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 Pörtl-Train aus Karlsruhe. Deine Fitness, dein gesunder Body, deine Gelüste oder dein Hunger, meine Aufgabe.